Also die Frage, von welchem Verein wechselte Jakob Lanscher? In welchem Torhüter küsste Lauren Blanc, bei jedem Spiel die Glatze? Fabian Bautes. Wer von euch hatte die meisten Nationalteameinsätze, Jugend und A? Also ich hatte, ich habe glaube ich sechs oder sieben. Ich habe Jugend, ich glaube ich habe zehn. Zehn, ja dann bist du Luca. Welcher Fußballtrainer wird König Otto genannt? Otto Rehagl. Das, wer hat den längsten Nachnamen im Kader? Also von Buchstaben mäßig? Schawanachsen. Ich kann auch was sagen, aber gibt es nur einen anderen? Elamonji, nein? Im Kader? Nein, im Kader, nicht die jeweils bestimmen. Ich glaube mal, nein. Ich sag mal. Ja, ich sag Schawan, oder? Ja, ich glaube nicht. Gorenz Stankovic. Ja gut, das ist ja gut. Gorenz ist ein Vorname. Welcher Spieler ist am längsten Teil des Kampfmannschaftskalas? Ich glaube ich, oder? Ja, Tobias Schützner. Passt, Andy Möller sagte Mailand oder Madrid, Hauptsache? Ja, Hauptsache Italien, oder? Ja. Warte. Jetzt hier, Hauptsache Italien, nicht Hauptsache Spanien. Ich glaube, Hauptsache Italien, weißt du? Ja, Hauptsache Italien. Ja, Hauptsache Italien. Richtig. Ich nenne fünf Spieler aus der Jahrhunderteilf. Also, von Stumgarts, Jahrhunderteilf. Ich weiß, Petrovic ist Innenverteidiger. Der Hasi, Vastic. Ja, Gül. Günther? Nein. Nein. Mit Oli. Ich weiß nicht, ob der Kasi ist. Wie heißt das denn? Ich weiß nicht. Wie ist denn der Kasi? Ja, ich weiß nicht. Milanić ist, glaube ich, nicht drin. Fodor, weiß ich noch, ob er da drin ist. Nein, ich weiß nicht. Fiamma. Mellich. Mellich könnte sein. Nein, das sehe ich nicht. Nein. Nein. Reimmaier ist, weißt du, Haas, Vastic, Reimmaier. Vastic, Vastic, oder? Ja, ja. Vastic, Haas. Okay. Petrovic ist drin. Günther Neukirchner. Boah, die werden ja fünften, die müssen sie jetzt nicht verhauen. Prilastik. Ja, Prilastik ist nicht. Er ist schon gefallen. Ich glaube es schon gesagt. Schon da. Kasi ist ein deutscher. Kasi? Kasi, Kasi ist ein deutscher. Ja, passt. Kasi. Wer wurde 2019 zum FIFA Weltorhüter gewählt? Er ist ein neuer. Nein, nein, nein. Er ist ein verletzt, ich glaube der Alisson. Das wäre jetzt so eine Frage. Er ist ein neuer, aber sicher nicht. Er war ja verletzt, ich glaube auch das. Ich glaube der Alisson. Alles und Beck. Ja, ja gut. Bravo. Na bitte. Bitter. Bitter. Das ist bitter. Ja, alle bitte. Junker 1. Junker 1. Junker 1. Junker 1. Jo 1. Junker 1. Friesenjahr? Friesenjahr? Ja, das ist schon mal. Friesenjahr? Ja, das ist schon mal. Komm, komm, komm! Hama? Kappe? 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 Gibt es das? Da ist eine. Da ist eine. Der Hund ist stark. Maske. Maske, 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 Maske. Ich glaube, die wird dann umgekehrt sein. Ja, dann laufen wir mal. Ich geh mal schön. Im Schaufenster. Welch ist denn? Welch ist denn? Die... Bleibt da nichts. Bleibt da. Die Wanduhr. Eine Uhr. Schau mal da. Eine Wanduhr. Die muss immer da vorne, wenn wir noch was mitnehmen so am Schloss. Da oben ist. Ja, sorge ich, Alter. Guck mal, bitte rein. Spann mein Tuch. Die Bettwäsche? Wo ist denn die Bettwäsche? Was? Bettwäsche. Spannlein Tuch. Spannlein Tuch. Spannlein Tuch. Ich glaube, dass er unten ist. Wir müssen zusammen, oder? Komm her. Es darf nicht. Die? Was ist er? Fahne. Fahne hat er gesagt. Unten, unten, unten. Das ist da, da, da. Das ist ja alles für die Schwarzen da. 110 Jahre? Ja, das wird die sein. Darf ich es auch machen? Dann können wir schon. Mitze Damen. Damen habe ich gesehen. Sind da oben. Komm. Mitze Damen, da sind die Herren, glaube ich. Jetzt ist der Quitsch gestiegen. Eine Minute noch. Ja. Ja. Schau mal da. Ja. Sieht schon geil aus. Fertig, oder? Ja. Fertig. Wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Schau. 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 Ja. Alles ehrlich gesagt. Super. Fertig, oder? Top. Müssen wir zur Kasse, oder? Brauer. 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 Stark. Und jetzt? Du hast ja auch eine Jacken, wie wir kaufen. Das ist gut, oder? Ja. Brauer. Brauer. Brauer.